Das steht da her. Nein, das ist zu wischen. Ja, das ist zu wischen. Ja, das ist die Bar. Sind man sicher an den Jubiläen, mit Brille, Falten, nicht viel Haaren, kommt gleich der Gedanke dann, ob man dies nicht verschönern kann. Ich hab's überlegt, das Resultat fand ich schwer. Ein Verjüngungstronk muss her. Wie man und wie man das macht, du kannst es nicht bestreiten. Die Chemie bietet da viele Möglichkeiten. Aus diesen Zuntaten, wie ihr hier seht, soll ein Verjüngungscocktail entstehen. Die Basis bildet ein Elixier, langläufig nennt man es Vollmilchbier. Eine Name, eine Name. Ja, du wirst auch passen. Ein paar Griechenzellen von diesem Ei zum Glück bringen Spritzigkeit und Potenz zurück. Da zählen mich, gemixt mit dem Blut der Spiere, da wird er flink und feurig wie diese Tiere. Gummikärchen, so kann man lesen, fördern das unbekümmerte Wesen. Trilleröl, nur die beste Ware, lässt spriesen wieder seine Haare. Zitronensaft für Stellen, wo Verkalkungen saßen. Möhrensaft für die Augen, so wie bei den Hasen. Für Stefan Nitt, es wirkt auch schon nach kurzer Zeit, noch etwas Lachgans. Das Ganze gemixt wird also dann, damit der Trunk auch gut wirken kann. Zum Schluss garniert mit einem Muntermacher. Ich seh's, jetzt wirst du wieder wacher. Hans, ihr seht, jetzt wirst du wieder wacher. Hans, los bitte einen Ruck, zieh rein mit einem kräftigen Schluck. Du, Hans, ich kann nicht hören, das ist so ein kräftigen Schluck. So was wirst du gar nicht dringen, ja. So ein Opfer, du bist ja immer noch ein Schluck. Du musst mich niederpieren, nein. Boah, ich will mich niederpieren, nein. Bei einer Bart stehen wir ja, wo sitzt man. Der ist für mich. So, ist gut. Den übernimmt. Oh, jemine. Mmm, den kriegst du nimmer zu. Ritten, sogar. Nun geht durch diese Tür, habt noch Mut, dann zeigt es uns, ob ihr das Wirken tut. Gleich, ihr Leute, könnt ihr sehen, wie schnell man ein Bayard kann rückwärtsdrehen. Na, wo ist er? So schnell geht's nicht. Na, zu beinahe. Wer läuft denn? Kein Schreck, kein Schreck fährt nur durch Lieder und Macht. Ich glaub, der Trunk, der war zu stark. Etwas Bubenhaft sieht er sicherlich. Erika, ich glaub, der ist zu lieben. Drum, Jürgen, geh wieder zurück. Denn Jungsein ist nicht alles Glück. Erika, ich will dich nicht in dem Gewissen halten. Schau, da hast du ihn wieder, deinen Alten. Ich glaub, der hat das nicht mehr gemacht. Ist er gut? Oh ja. Der hat mich angegeben. Der ist schon wieder da. Und bitte, ich denke auf dem Schluss, dass man sonst auch die Rente viel länger machen muss. Habe ich dich alle rausgekriegt? Ja, weißt du, was das ist, ein Junge? Bestimmt? Wir leben. Aber wenn es die Frauen schönsten, wenn sie das alte Foto anschauen, sind wir nicht. Wir leben. Die Schlöcke, den Füßt, mein Brot. Keir, wenn sie nur für den Aua an, sein Gott ist schwarz, an der Sohba, an der Sohba. Die Brüder, die Sohba, die Brüder, das ist der Herrscher, das ist der Herrscher, der Brüder, der Kirsch, an der Sohba. Aber wer hat auch da wieder gern, so kann man die Brülle heißen gern, so wie ihr mit Wolkenstern. Käst du den Augen heran, hoch in die Tür gehen, wennst du den Augen auf der Hand. Sol die Gebüren, hie, und klinge die Brülle heißen gern, so wie ihr mit Wolkenstern könnt. Wir sind in der Brülle am Beschluss, hier schaden wir uns. Chol die Vielfaltanhen betonten sollen auch die Brülle neu für die 231-M kirchen, denn wir sind in der Brülle Ill Classic. Wenn der Brülle liegt uns Christoph und die Brülle guideline neu initiative, Musik 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.